So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parodios da. Mit mir, liebe ich, mal und wie zum ersten Mal den Overgang bedeutet, Charakterwechsel. Oktopus ist mein Lieblingscharakter, deswegen hebe ich ihn mir auf. Und ich muss gerade überlegen... Hm... Ich finde Winby besser als Pentaro, dann kommt Pentaro dran. So, weiterhin benutze ich das automatische Power-Up. Und wir gehen nun wieder in Level 2, 3, 3. Hm... Los, Baum. Mach des Schnütztisch. So. Jetzt kommt die Aubergine aus dem Vulkan. Wollte ich den Bienen obenrum ausweichen? Das hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Spiel ab! Das wird nur ne haarige Sache, das sag ich euch. Ähm... Obwohl es noch ein Level gibt, welches auf jeden Fall schlimmer ist. Ja, ich hab kein Speed Up. Obwohl es ein Level gibt, welches auf jeden Fall schlimmer ist. Nooooh! Mag ich das hier auch nicht wirklich. Ähm... Es nervt. Das kann ich sagen. Komm schon. Och, das ist nicht dein Ernst. Jetzt hab ich nicht mal ein Speed Up. Komm. Naah! Wie kann ich... Ähm... Hm? Wieso? Jetzt habt ihr mich aber erwischt, wie das Spiel mich verarscht hat. Och, dann bleibt es halt deine Speed Up. Wuh! Wuh! Da! Da! Ich brauche mehr als das Speed Up, sonst klappt das nicht. Ich bin schneller. Das gibt es nicht! Okay. Komm schon. Was ist denn los? Ich bin nur die ganze Zeit am Schießen. Die ganze verdammte Zeit bin ich am Schießen. Und das ist immer noch nicht gut. Und dann kriege ich so ne Scheiße. Ja. Wir sind an einer Stelle im Spiel angekommen. Wo ist das ganze Spiel aus? Komm. Komm, 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 komm. Wow. Sieht gut aus. Oh, wie ich das Spiel wieder liebe, also. Noch mal ein Speed Up. Wieso geben die... Oh. Das ist eigentlich schon mal klar, wo seine Schwäche ist. Los. Los. Pam. Ende. Oh. Hm. 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 Oh mein Gott. Hm. 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 Bitte kommt es, nicht jetzt. Das wäre mein Ende. Option! Oh ja! Welcome to the Hay Parade! Nein! Nein! Welcome to the Hay Parade! Das Level, weil ich am ehesten gar nicht mag, niemals nie, werde ich dieses Level mögen. Weil es nachher nur so grausig ist. Das ist dieses riesige Schlachtschiff und es ist nach dem Schlachtschiff-Prinzip Schlachtschiff kaputt machen. Du wirst besiegt und jetzt kommst nur noch du. Und wer denkt, ich würde oben rum nämlich gehen? Nein, ich gehe jetzt wieder oben rum. Unten rum. Das Level, das Problem ist, ich werde attackiert die ganze Zeit und ich kann nichts dagegen tun. Ich komme nicht so vorbei. Und dann passiert sowas. Und es gibt keine Checkpoints. Es ist eigentlich, es ist kürzer als die anderen Level, natürlich. Aber hierfür hole ich den Oktopus. Weil ich mit dem Oktopus am besten bin. Und ich mache jetzt noch nicht Ende. Ist mir jetzt egal. Speedup reicht mir für's Erste. Dann gehe ich hier hin, wo der Typ mich nicht treffen kann. Dann shoote ich. Bis alles kaputt ist. Los. Pam. Jetzt habe ich einen Dual-Shot. Der geht nämlich nach oben und nach unten. Das hilft sehr. Jetzt habe ich ihm die Nase zerstört. Oh, Leck. Los. Ist das nicht mies? Komm. Also ist das hier eigentlich. Ich habe es geschafft. Das ist eigentlich das einzige Level, was ich so richtig, richtig hasse. Jetzt ist das aber so. Ich bin gestorben. Das, was ihr habt chosen. Ich bin jetzt schon ca. Und mache da ein Verscheidter. Wow Das war schon Sehr knapp Aber er ist jetzt auch nicht der Hammer Komm schon Yippie Mein Name ist Edwin Wann und wir sehen uns das nächste Mal wieder wenn es heißt Let's Play Parodius da mit mir Edwin Wann und bis dahin Tschaui